Servus Guys, euer Sweaters back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon im Hintergrund seht, sind wir heute bei Werder Bremen angekommen. Und der ein oder andere alte Spieler ist auch wieder zurückgekehrt, um nach Markus' Anfang einen Neuanfang zu starten. Badum-tss. Und ja, die ein oder andere Bremer Legende ist wieder zurückgekehrt. Und jedoch fehlen natürlich auch eigentlich wahre Bundesliga-Ikonen, wie zum Beispiel ein Diego, ein Claudio Pizarro oder auch ein Thorsten Frings natürlich in diesem Video. Diese gibt es in FIFA in gar keiner Hinsicht, was natürlich auch sehr schade ist. Also EA könnte da bestimmt auch mal irgendwann hier so einen Legends-Verein starten von jeder einzelnen Liga. Also das wäre doch mal, denke ich mal, ein Vorschlag. Und ihr könnt jetzt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wer damals euer Liebling war bei Werder Bremen. Und wir schauen heute ganz einfach mal, was ist mit der alten Bremer Mannschaft möglich, beziehungsweise mit den Spielern, die noch aktiv sind und mittlerweile teilweise bei anderen Vereinen so rumschwören. Bremen ist ja leider aktuell leider in der zweiten Liga. Aber ich denke mal, wir haben den ein oder anderen Kracher hier für den Kader verpflichtet. Und hier haben wir ihn auch. Hier haben wir Serge Gnabry, der mit seinen ersten Schritten bei Werder Bremen gemacht hat. Dann haben wir Marco Arnautovic, damals nicht so ganz bei Werder eingeschlagen. Ist aber jetzt natürlich immer noch mit einem 81er-Rating sehr stark mit dabei. Da haben wir Rashica, der ist ja eben erst diese Saison gewechselt. Im zentral-offensiven Mittelfeld haben wir einen der besten Spieler der Welt. Kevin De Bruyne mit David Klaas haben wir ebenfalls einen Champions-League-Spieler. Im zentral-defensiven Mittelfeld haben wir Delaney. Und die Abwehr besteht aus Augustins von Sokrates Toprak. Ja, der ist ja aktueller Bremer. Und auch Mitchell Weiser, weil sein Ersatz, der früher bei Bremen war, nicht wirklich besser ist als er. Und im Kasten haben wir auch einen der besten Bundesliga-Torhüter. Kuhn Castells auf der Bank haben wir Max Kruse auch. Eine absolute Bundesliga-Legende mittlerweile. Mesut Özil, richtig traurig, was der mittlerweile für ein Rating hat. Aber der ist auch natürlich mittlerweile 32 Jahre alt. Dann haben wir hier Florian Kainz mit einer 75 mit am Start. Krilic, der war auch mal bei Werder Bremen. Veljkovic war schon vorher da. Dann haben wir Lang und auf der Bank haben wir noch Pavlenka. Der ist ja noch aktuell da und ist einfach richtig krass, einen 86er und einen 80er-Keeper zu haben. Dann haben wir auf der Reservebank noch Spieler wie Sargent, dem Joker himself. Dann noch Nils Petersen, eben dem Joker himself. Eggestein haben wir. Finn Bartels, der auch starke Leistungen für Bremen absolviert hat. Und natürlich der beste Stürmer aller Zeiten, Davy Selke. Ja Leute, jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, Hä, Sweater, wieso machst du ein Karriere-Experiment? Ich habe das schon in einem anderen Video so ein bisschen angedeutet. In der Zeit, wo ich Corona hatte und auch demzufolge in die Quarantäne musste, habe ich mich mal aus Langeweile ein bisschen mit dem Karrieremodus beschäftigt. Habe einen Sprint to Global mit Kaiserslautern gemacht, die so semi-erfolgreich lief. Zumindest nach sieben Jahren hat man die Champions League gewonnen. Und da kam auch das Interesse zurück für die Karriere. Wenn euch, wie gesagt, das Ganze gefällt, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann ein Dislike. Die wird leider bei YouTube entfernt. Allerdings sehe ich das natürlich trotzdem. Ich würde mich, egal über welche Bewertung, auch freuen und werde das natürlich auch berücksichtigen. Und ich würde mal sagen, eigentlich müsste diese Bremer Mannschaft in der Lage sein, den Aufstieg zu schaffen, in der Bundesliga dann vielleicht zumindest das Mittelfeld zu erreichen, weil natürlich einige Spieler bei Werder auch ein bisschen älter geworden sind. Andere wie Serge Gnabry können sich wiederum noch entwickeln. Sei es drum. Ich bin gespannt, was jetzt in der zweiten Liga möglich ist. Ich denke eigentlich, dass wir zur Halbzeit der Saison auf dem ersten Platz stehen müssen. Alles andere wird mich überraschen. Ich hoffe, wir werden nicht entlassen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir auch mal endlich rein. Und ich lasse euch auch gar nicht mehr so lange warten. Ja, Leute, und hier sind wir auch schon im Januar 2022 angekommen. Vorab schreibt auf jeden Fall jetzt unten in die Kommentare, was ihr noch so für Mannschaften vielleicht auf dem Kanal sehen wollt. Oder wollt ihr das Format überhaupt noch sehen? Ich habe jetzt auch vor einigen Tagen das El Clasico ohne Abgänge hochgeladen. Wo beispielsweise ein Ronaldo wieder bei Real spielt und ein Messi bei Barcelona. Schaut euch das auf jeden Fall gerne an. Und jetzt kommen wir mal wieder zu den interessanten Dingen. Und in der Liga sieht es eigentlich so aus wie angedacht. Wir liegen eigentlich meilenweit vorne mit 13 Punkten Abstand. Haben nur eine einzige Niederlage und zwei Unentschieden fast ungeschlagen. Also absolviert 44 Tore erzielt damit die meisten. Und ich glaube, am Ende haben wir auch nur 16 kassiert. Das kam mir bei der Simulation mehr vor. Ja, da ist Bremen, denke ich mal, noch ein bisschen anfällig. Allerdings sind Spieler wie Sokrates und Torprak natürlich auch nicht mehr auf dem Niveau, dass sie sich großartig weiterentwickeln, sondern dass die Tendenz eher nach unten zeigt. Und jetzt schauen wir natürlich auch mal, wie es bei Werder Bremen hier im Pokal steht. Und da sind wir im Viertelfinale gegen Bayern München. Konnten da also auch unsere Akzente setzen. Gegen Bayern wird vermutlich Schluss sein. Gegen Hamburg haben wir uns durchgesetzt. Dann haben wir uns, ich glaube, gegen Leverkusen durchgesetzt, hier mit 3 zu 2. Also haben auch schon in Richtung Bundesliga einige Ansprüche. Und dann haben wir uns auch, ich glaube, in der ersten Runde hier gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt. Und jetzt ist natürlich auch mal sehr interessant zu wissen, wer sich jetzt vielleicht auch bei uns im Kader so ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber vorerst schauen wir mal auf die Top-Zo-Schützen. Da ist Davy Klaassen der Heftigste. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht eben De Bruyne, der hier auf Platz 6 ist, getippt. Oder vielleicht auch einen gewissen Marco Arnautovic. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es dem Kader so geht. Das sehen wir hier. Gnabry mittlerweile in 87. Arnautovic hat sich nach unten entwickelt. Aufgrund des Alters Rashica auf jeden Fall auch. Ja, alle scheinen zufrieden zu sein, die hier mitspielen. Sokrates gleich um 2 Punkte, glaube ich, gesunken. Ist jetzt gar nicht mal so nice. Veljkovic. Ja, den geht es jetzt gerade eben hier auf der Bank. Allen gar nicht mal so gut, was natürlich sehr schade ist. Allerdings sind hier natürlich auch schon einige Spieler bei Werder Bremen ein bisschen älter. Und ja, so sieht es aktuell aus bei Werder Bremen. Jetzt schauen wir natürlich noch mal ganz kurz in die Übersicht, wie die einzelnen Spieler bei uns performt haben. Ihr merkt das Ganze, muss ich noch bei mir ein bisschen einspielen. Ich hoffe, ihr habt da noch ein bisschen Mitleid mit mir. Dass das vielleicht nicht alles so ideal funktioniert. Jetzt haben wir hier Davy Klaassen, 14 Treffer. Kevin De Bruyne, 12 Treffer. Gnabry, 6. Arnautovic, nur 5. Und das bei fast 20 Einsätzen. Dann Schmid hat aus irgendeinem Grund 19 Spiele gemacht, was ich jetzt eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Und dann am Ende hier Kuse mit 8 Spielen. Delaney mit 21. Sokrates mit 17. Bei den Vorlagengebern haben wir Gnabry mit 5. Klaassen mit 4. Und auch De Bruyne mit 4. Das sind eigentlich so die interessantesten, würde ich mal sagen. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht am Ende der Saison überraschenderweise den Pokal holen. Und ich würde sagen, bis dahin. Ja Leute, und da sind wir auch schon im Juni 2022 wieder angekommen. Und ich bin mal gespannt. Ja, wie lief es jetzt eigentlich? In der Liga und im Pokal konnten wir weiterhin so dominant sein. Ja, ich glaube, wir konnten sogar unseren Vorsprung ausbauen. Aber haben noch 2 Niederlagen kassiert und halt auch noch 4 Unentschieden. Also man hat am Ende ein bisschen geschwächelt, dennoch 73 Tore erzielt. 33 Gegentore kassiert. Das ist auf dem Niveau vom FC St. Pauli. Also das muss auf jeden Fall in der Bundesliga natürlich am Ende noch besser werden. Aber das ist dann sowieso nochmal eine völlig andere Sache. Jetzt schauen wir natürlich noch, ja wie sieht es denn im Pokal aus? Waren wir im Pokalfinal oder waren wir es nicht? Und wir schauen mal rein. Nein, wir waren es nicht. Borussia Dortmund gewinnt den Pokal. Im Halbfinale sind wir leider gegen Dortmund ausgeschieben mit einem 1 zu 3. Dennoch ein akzeptables Ergebnis. Wir haben uns dadurch natürlich auch gegen den FC Bayern München durchgesetzt und sind vielleicht auch so ein bisschen Anwärter nächste Saison auf den einen oder anderen europäischen Platz da oben. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir das erreichen könnten. Denn gegen Bayern München zu gewinnen ist auf alle Fälle kein leichtes. Jetzt keine Ahnung, warum auch schon wieder das Manager-Rating so weit unten ist. Ja, wie geht es unseren Spielern? Gnabry geht weiterhin ab. Arnautovic verschlechtert sich stetig. Dann haben wir De Bruyne. Der bleibt stabil, genauso wie Klaassen und Delaney. Augustinson, Friedl, Tobrak und Weiser geht es noch gut. Castells hat sich verbessert. Aber was auf jeden Fall viel wichtiger ist, sind die Statistiken. Und da schauen wir natürlich erstmal auf die Tore. De Bruyne hat 20 Treffer erzielt, sogar 4 Tore im Pokal. Klaassen ist zweitbester Torschützer. Arnautovic hat sich nochmal sehr stark gesteigert. Und darunter haben wir noch Serge Gnabry mit 11 Treffern und 7 Vorlagen. Delaney mit 7 Treffern und 3 Vorlagen. Also man sieht, die Spieler waren teilweise ein bisschen unterfordert. Ich hoffe, dass einige ihren Schnitt für die Bundesliga halten können. Und da würde ich sagen, simulieren wir auch schon dorthin und zwar in die Winterpause. Ja Leute, und da sind wir auch schon in der Winterpause im Jahr 2023 angekommen. Und jetzt schauen wir auch mal, wie sich Werder Bremen in der Bundesliga und wieder im Pokal geschlagen hat. Und das ist beachtlich. Wir spielen auf jeden Fall um die Champions League Plätze. Mit hier mit 32 Punkten, 31 Tore. Was auf jeden Fall sehr beachtlich. Und auch nur 18 Gegentore. Also es ist eigentlich schon fast so viele Gegentore wie in der 2. Liga. Eigentlich irre. Haben sogar weniger Gegentore als Bayern München. Allerdings auch ein bisschen weniger Tore. Und ja, das sieht schon mal gut aus hier auf dem Weg Richtung Champions League. Und jetzt schauen wir natürlich auch mal, ob wir uns hier die Chance auf dem Pokal weiterhin warm gehalten haben. Denn wie wir ja wissen, ist Bremen ja auch eine richtig starke Pokalmannschaft. Hat glaube ich die zweitmeisten DFB-Pokale in Deutschland gewonnen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir haben uns hier in der Runde 3 mit 5 zu... Nein, wir haben verloren. Richtig lost. Wir haben jetzt 2 zu 5 gegen Augsburg verloren. Da war ich gerade eben in der falschen Runde für uns beim Simulieren. Genau, wir haben 4 zu 5 gegen Hertha BSC gewonnen. Sind somit nicht im DFB-Pokal im Viertelfinale. Was man hier auch eigentlich sofort sehen könnte. Man merkt, der gute alte Sweater muss sich hier noch so ein bisschen reinfuchsen in diesen Modus. Dann schauen wir auch mal auf die Truppe Arnautovic mit, ja, sag ich mal, sinkender Motivation. Rashica bleibt stabil. Gnabry verbessert sich weiter. Auch ein De Bruyne hat sich verbessert. Sogar ein Klaassen. Und ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Keine Ahnung, warum uns hier der gute alte Friedl so hatet. Weil er ist ja eigentlich bei mir zumindest mittlerweile Stammspieler. Agu kommt jetzt für den guten alten Lang rein. Der, denke ich mal, ganz gute Dienste hier in der Bundesliga vollbracht hat. Und ja, den Torhütern geht es an sich eigentlich auch allen ganz gut. Und damit würde ich sagen, simulieren wir mal ans Ende der Saison. Und vielleicht spielen wir nächste Saison ja auch schon international. Was natürlich richtig geil wäre. Ja, Leute, und da sind wir auch schon hier im Juni 2023 angekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir uns hier für das internationale Geschäft qualifiziert haben. Und es sieht nicht so auf. Katastrophe, ey. Wie konnte Bremen das verspielen? Und das ist natürlich sehr schade. Ich hätte mich sehr auf eine dritte Saison gefreut, hier in der Champions League oder auch in der Europa League zu spielen. Aber das sollte uns hier an der Stelle verwehrt bleiben. Uns haben am Ende vier Punkte, wie es aussieht, gefehlt, um hier mehr zu erreichen. Es sah aber am Ende auch ziemlich katastrophal aus, muss ich auch sagen. Viel zu oft unentschieden gespielt. Vielleicht auch gegen Gegner, gegen die man hätte gewinnen können. Und auch viel zu viele Gegentore kassiert, um da hier in das obere, ja, um hier in den oberen Bereich zu kommen. Denn da sind wir mit 42 Gegentoren auf jeden Fall überhaupt nicht gut aufgestellt. Und Bayern München kann sich schon mal 40 Gegentore eher leisten als wir. Das ist auf jeden Fall natürlich sehr schade. Wir schauen auf die Mannschaft, mit der wir am Ende gespielt haben. Ja, man sieht, der ein oder andere Spieler ist hier auch schon im Formtief und scheint deswegen auch ein bisschen sauer zu sein. Auf jeden Fall sehr schade. Keine Ahnung, wie man es am Ende mit einem De Bruyne, mit einem Gnabry, mit einem immer noch stabilen Arnautovic, mit Rashica, Klaassen, Delaney, Castells am Ende nicht schaffen konnte. Und auch ein Augustinsson und Friede sind eigentlich gute Spieler. Ja, sehr schade. Wir schauen auch mal drauf. Ja, wer waren hier die Leistungsregeln dieser doch dann am Ende relativ schwachen Saison? Das haben wir, glaube ich, in der Winterpause vergessen. Und da sehen wir, dass Serge Gnabry hat sich mit aller Macht versucht, ja, gegen den Negativ-Trend zu stellen. Kevin De Bruyne eigentlich auch mit 24 Torbeteiligung sehr stark gewesen. Und ja, danach wird es relativ dünn. Kein Spieler, der über 10 Tore gemacht hat. Wir haben Arnautovic immerhin noch mit 7 Treffer. Aber Sargent kam zumindest auch noch auf 6 Treffer in der nächsten Saison. Und dann hier noch Bittencourt mit 3. Und bei den Vorlagengebern, ja, sticht dann auch noch in Florian Grillitsch ein bisschen heraus. Sehr schade auf jeden Fall. Aber ich denke, dass die Mannschaft vor allen Dingen in der ersten Saison halt für so ein bisschen an das alte Bremer Team erinnert hat. Und sie haben ordentlich für Furore gesorgt als Aufsteiger in der Bundesliga. Und ich würde mal sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es läuft vielleicht auch nicht immer alles perfekt. Aber ich denke mal, das spielt sich so mit der Zeit ein, wenn ihr mehr sehen wollt. Hier sehen wir übrigens nochmal Serge Gnabrys Torschützenkönig. Wenigstens was. Ja, ich würde sagen, checkt gerne eins meiner letzten Videos ab. Inspiration auf alle Fälle so ein bisschen von DGTV, so ein bisschen von FIFA Tour etc. Aber das wisst ihr, aber ich finde, es ist immer noch sehr wichtig, das am Ende des Videos oder eigentlich auch am Anfang des Videos zu sagen. Und ich schreibe es euch natürlich auch noch selbstverständlich in die Videobeschreibung. Die sind da so ein bisschen, ja, Inspirationsgeber, wenn man das so sagen kann. Checkt auf jeden Fall die Kanäle ab. Ich würde sagen, euer Sweater ist raus. Ich heiße nicht wirklich mit Vornamen Arnis, wie es oben links steht. Und damit würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao.